Wie die T-Shirt, auch nicht schlecht. Na, schau dir denn da weg? Da sind wir drin, ne? Scheiße, ehrlich. Das war aber letztes Jahr nicht so schön, oder? Nicht so schön, oder? Nee, aber das weiß ich nicht. Aber da war auch nicht schlecht. Diese Menge, die wir jetzt haben, das ist also schon für unsere Verhältnisse wahnsinnig viel. Mein Mann, du hast ja das hier oben nicht schlecht, das ist für die Hüftler nicht schlecht. Also klein. Ja, so muss ich gehen. Und rein. Und war weg. Da war der Klee also... Ja, sie sind wieder rausgekommen. Ja. Ja, wie ist das hier gerade? Der ist echt. Ja. Und? Tatsächlich. Tatsächlich. Da kann ich eigentlich nicht sehen. Das könnte die Leute jetzt so nach uns machen. Der Bus hier hat die ganze Zeit, da kommt die Angst.